Moin Leute, servus und hallo zusammen. Heute habe ich für euch einen kleinen Zusammenschnitt aus krassen Kugelbombenvideos. Viel Spaß! Auf Platz 6 sieht man eine Kugelbombe, die aus einem GFK-Mörser abgeschossen wird. Die Kugelbombe explodiert zu spät, also kurz vor dem Boden. Wahrscheinlich war die Zündung der Zellegerladung zu spät. Oder die Kugelbombe hat einfach nur nicht die optimale Steighöhe erreicht. Den fünften Platz belegt eine Kugelbombe, die an einem großen Platz gezündet wurde, dort wo auch viele andere Menschen anwesend waren. Es handelt sich hierbei um eine 4 Inch, also 100 cm Kugelbombe mit Tiger Tail Effektstern. Auf dem vierten Platz sieht man eine Kugelbombe, die auf eine Art Sportplatz gezündet wird. Dort unterhalten sich ein Vater und ein Sohn oder ein Kind auf jeden Fall und nehmen dieses Video aus dem Fenster auf. Es ist eine Sternmischung mit Titanschweif, also in der Effekt Ladung. Ebenso auf Platz 3 ist eine rote Kugelbombe mit Titanschweif, die ebenso auf dem Boden gezündet wird, inmitten einer Innenstadt oder ähnliches. Dort sind auch viele Menschen wieder anwesend. Macht auf jeden Fall sowas nicht nach, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Scheiße. Den zweiten Platz belegt ein doch recht bekanntes Kugelbombenvideo. Dort sieht man auch eine Kugelbombe, die aus einem GFK, also abgeschossen wird. Ähm, ja, leider hat sie halt nicht die nötige Höhe erreicht und explodiert in einer Höhe von etwa 50 Meter, denke ich mal. Aber diese Kugel, deswegen habe ich sie auch aufgenommen, hat einen extrem Hammerzerleger. Seht selbst. Auf dem ersten Platz befindet sich eigentlich eine zylindrische Bombe, also eine Zylinderkugelbombe, wie auch immer man sowas nennt. Ähm, aber ich habe sie trotzdem im Ranking aufgenommen. Und zwar, ähm, macht sich in diesem Video ein Mann über diese Bombe lustig und bezeichnet dies als polnisches Tischfeuerwerk. Ja, auch diese Bombe wird auf den Boden gezündet und hat auch echt einen extrem krassen Zerleger. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut es euch ja unbedingt an. Ey! Willst du, ey? Ey! Ey, warte! 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 Ey! 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 Warte! 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 Warte!